Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Fall of the Republic Mod und wir versuchen hier in den Klonkriegen mit den Hutten die Republik und die Separatisten zu besiegeln. Wir sind schon gut vorangekommen, aber einfacher wird es momentan noch nicht. Die Flotten sind massiv, die Verteidigungsanlagen sind massiv und unsere eigenen Schiffe sind nicht wirklich die stärksten. Deswegen müssen wir mal ein bisschen was hier an Schiffen nachbauen. Und hoffen, dass es hier funktioniert. Hier hatten wir bei Solos, da haben wir auch schon eine ganz gute Flotte zusammengestellt. Und hier bei Kuat bauen wir schon ein bisschen was. Und hier können wir auch nochmal ein bisschen was bauen. Die Frage ist jetzt, versuchen wir nochmal Mandalore. Das war beim letzten Mal schon ziemlich schwierig, jetzt sind sie nur noch 284. Nach Ferdar wird aber auch eine Flotte kommen. Und da würde ich aber hoffen, dass wir das mit den Einheiten hier verteidigt bekommen. Deswegen nehmen wir die Flotte mal rüber nach Art Mantell. Und packen hier vielleicht auch nochmal ein paar Einheiten hin zur Verteidigung. Okay, das kriegen wir hin. Zurück zur Galaxis-Karte. Ja, die Flotte, die hätten wir da nicht abwehren können. Deswegen auf nach Corsin und hier nochmal ein bisschen was an Einheiten auf den Boden. Dass man das hier zur Not auch verteidigen könnte. Komm, es ist ein Akklamator. Danke. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Bei Agama, wie groß ist da die Flotte? 8, 8 und... Heiliger Bim Bam. Bei Mandalore haben die gar nichts. Alter, Ring Neldia 2 hat eine 231er-Flotte. Das geht. Äh... Ach man, Calamari, da hatte ich die Dreadlunch-Schlüssel weggenommen, ne? Und bin dann geflohen. Aber die Flotte ist mittlerweile nicht mehr groß genug, um das zu schaffen. Hm. Ist natürlich mies. Ähm... Jetzt erstmal Pferder gucken. Eins nach dem anderen. Okay. Das geht, um ehrlich zu sein, klar. Du kommst mal hier hin. Du kommst mal hier hin. Und du auch hier hin. Mit den Helden zusammen und der Artillerie. Das dürfte nicht schwierig sein. Wir müssen nur gucken, dass wir hier uns auf, äh... Bombardierungen auch gefasst machen. Und deswegen auch Anti-Flugtürme überall hinbauen. Aber das geht. Ähm... Du hier lang. Du hier lang. Du da lang. Du brauchst dich hier auf. Du gehst hier lang. Seton Mosch darf hier runter. Ready to go. Ähm... Hier kommt bitte hier lang. Du baust dich auf. Du baust dich auf. Ich hoffe, ich habe die dezentral genug, dass die nicht alle mit einer... Ähm... Mit einem Artillerie-Schuss getroffen werden können. Äh, nicht Artillerie. Aber auch das. Aber ich meinte mit einer Bombardierung. Der ist schon aufgebaut. Das ist gut. Ähm... Wartet. Da kann ein Anti-Flugturm hin. Markspeeder sind nervig. Anti-Flug. Hier eine Repair Station hinholen. Braucht man auch mal zwischendurch. Anti-Flugturm hier hin. Anti-Fahrzeug. Da muss eine Repair Station hin. Anti-Fahrzeug hier hin. Das sind alles Infanterie-Einheiten. Das ist ein bisschen problematisch. Repair Station. Und Maul bleibt bitte hier. Ähm... Hier sind wir ganz gut unterwegs. Ihr dürft auch nochmal hier gucken. Ihr dürft hier lang. Oh, der ist Schrott. Schade. Okay, jetzt, wenn der sowieso Schrott ist, nimmt die Artillerie. Das ist die einzige Artillerie, die hier ist. Und dann haut die bitte ab. Ähm... Die Landezone gehört uns. Das ist nett. Hier eine Repair Station. Anti-Flug. Die Infanterie ist problematisch. Aber... Warte mal, kann der da drauf angreifen? Kann er nicht. Dann kommen wir wenigstens ein Stückchen hier lang. Uh, das ist gut. Hier machen wir nochmal zwei Repair Stations. Für den Fall der Fälle, dass wir uns da nochmal ein bisschen besser reparieren lassen müssen. Was auch immer. Ihr verteidigt ihn bitte. Anti-Fahrzeug. Ja, holen wir auch Anti-Fahrzeug hin. Aber die müssten durch die Artillerie hier weggehauen werden. Äh... Anti-Fahrzeug. Hier alle hier lang. Haben wir schon andere Fahrzeuge? Sehe ich nicht. Ah, der Turbo-Laser-Turm, der eingenommene da ist nervig. Aber... Auch nicht so das Problem jetzt gerade erstmal. Äh... Ist der erste UTA-TV. Den müssen wir uns in Acht nehmen. Kommt mal hier runter. Oder hier lang. Anti-Infanterie. Anti-Fahrzeug. Du darfst dich hier reinsetzen. Da kommen nämlich die nächsten schon. Du kommst ein Stückchen näher. Oh, was macht der da? Hau ab. Was ist los mit dir? Oh, und wir können hier drüben was kriegen. Was auch immer da los ist. Ähm... Ähm, 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 ähm. Du baust dich bitte auf. Dann kannst du da bestimmt auch treffen. Du baust dich auf. Ja, Morvid. Die Mandalorianer hier drüben mal hinkriegen. Hier wollte ich einen Anti-Infanterie-Turm hinbauen. Hätte ich wohl vielleicht mal eher machen sollen. Aber gut. Hier kommt ein Stückchen hier lang. Oh, Morvid kriegt hier... Oh nein, Barkspeeder. Mit den Barkspeedern hatte ich nicht gerechnet. Komm hier lang. Du schießt auf die UTA-TVs. Das ist super. Anti-Fahrzeug. Anti-Infanterie. Du setzt dich hier rein. Ihr kommt mal hier lang. Oh, das war knapp. Das war knapper als knapp. Aber gut. Ähm... Du darfst jetzt auch mal ein Stück zurückkommen. Hier, beschützt bitte ihn. Du darfst hier lang kommen. Und... Oh, mehr Barkspeeder nicht gut. Versucht mal hier den Turbolaser-Turm zu vernichten. Dass der euch nicht so sehr nerven kann, bitte. Und dann haut mal ab. Den nächsten vernehmen wir mich jetzt schon wieder. Hier bitte alle hier lang. Okay. Moll... Wird auch langsam wieder. Da kommen die Bugs wieder hier leider durch. Ihr beiden versucht ihn zu beschützen. Du darfst hier lang... Wo ist die Tomasch? Du kommst hier zurück. Und... Oh, da ist der Juggernaut. Ähm... Gucken wir mal. Auf den Anti-Fahrzeug-Blaster bitte. Wenn wir den Juggernaut schon mal wegkriegen, könnten wir das super. Oh, nicht gut. Das werde ich nicht mehr rechtzeitig schaffen, glaube ich. Ja. Schade. Eine Artillerie verloren. Hätten wir hier... Schild... Planetaren Schild-Generator wäre das alles nicht so schlimm. Aber gut. Wir haben hier eine Fahrradkette. Oh, Oppressed. Darf auch mal ein Stück zurückkommen, bitte. Hier nehmt euch hier die UTA. Ich sehe es vor. Oppressed hat ab. Ja, aber das ist ganz gut. Erster UTA vernichtet, mit jede Menge Infanterie drin. Und sie fliehen. Mit ein bisschen Glück habe ich nur... ...die eine Artillerie verloren. Ja, und einmal Flugeinheit. Schade. Aber wir haben es trotzdem hier gewonnen. Und Mandalore sieht hier als leerer als leer aus. Gut, das ist winzig, die Flotte hier bei BUNTA. Deswegen... Damit kommen wir klar. Die Frage ist, wie es mit Ring Neldia aussieht. Die bringen jetzt hier Boten-Einheiten hin. Hm, das ist ja nervig. Wie groß ist die Flotte? Auto-Resolven wir. Da sollte nichts passieren. Ähm... Okay. Und... Meine Güte. Okay, bei Mandalore haben sie jetzt was. Aber das ist vollkommen egal. Solange die hier keine Raumstationen mehr haben, ist das jetzt hier gleich meins. Ich muss nur Bodeneinheiten darüber kriegen. Oh, wir verteidigen jetzt. Das ist dumm. Das ist sehr dumm, aber... Okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Äh... Warte mal. Wir beiden. Bleibt beim Dorr Buller. Du darfst ein Stückchen vor. So, hier mal die Gruppierung ein bisschen aufgeteilt. Wir haben halt keine Anti-Jäger-Schiffe hier. Das ist ein bisschen schwierig. Du bleibst bei ihm. Du bleibst bei ihm. Du bleibst bei ihm. Meine Flotte ist trotzdem deutlich größer, aber... Äh... Der Karaga bleibt mein Stück zurück. Die sollen sich alle ruhig auf den Dorr Buller konzentrieren. Wenn die sich auf den Dorr Buller konzentrieren, konzentrieren die sich nicht auf meine anderen Schiffe. Und der kann einiges an Schaden einstecken. Die anderen Schiffe eher nicht. Meine Jäger dürfen erstmal hier generell in die Richtung fliegen. Komm schon. Na, das ist nicht gut. Käuf du mit hier an. Du mit hier angreifen, bitte. Ich meine, der Akklamator dreht sich jetzt wenigstens weg. Äh, der Minator. Das heißt, wir greifen jetzt erstmal hier den Akklamator an, dass der wegkommt, aber der... Der Karaga, der Striders, die jetzt auf den gehen und nicht auf den Dorr Buller. Ne, das nervt mich. Das nervt mich extrem. Aber was würde ich machen? So schnell komme ich hier auch nicht durch die Schilde, dass ich den jetzt sofort super retten könnte. Lass nochmal ein Stückchen hier lang. Ich kann mit den beiden noch ein Stückchen weiter nach vorne, dass die den vielleicht ein bisschen noch heilen können. Nehmen wir die Turbolaser. Die sind am wichtigsten gerade. Schweren du allen Turbolaser vor allem hier drüben. Komm schon. Boah, der verliert schon wirklich sehr viel. Nehmen wir hier die... Okay, der Karaga hier. Der brennt wie sonst was. Ich wollte aber gerade sagen, noch hat er eine Chance. Die Chance ist leider vorbei. Und die haben halt nicht mehr viel. Das ist sehr schade. Das hätte der Karaga definitiv schaffen können. Wenn wir ein klitzekleines bisschen effizienter gewesen wären. Aber naja. Ist dann so. Ich glaube aber, wir haben nur den Karaga verloren. Die kleine Flottille. Besser als nichts. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Boden da in irgendeiner Art und Weise kriegen. Komm schon. Hier rüber bitte. Und einmal hier nach Sorakami. Auch das auto-resolve ich. Wie sieht es bei Argonar aus? Immer noch eine 348er Flotte. Aber wenn die jetzt Mandalore nicht mehr haben, haben die noch CO-Trick 4 und ansonsten keine Schiffswerft mehr. Also keine große Schiffswerft mehr. Dann können die maximal, glaube ich, noch Akklamatoren bauen. Boah, ich habe keine Lust, nur mit Flugeinheiten dann zu greifen. Aber was anderes bleibt mir, glaube ich, nicht wirklich übrig. Hoffen wir mal aufs Beste. Bei Onron vielleicht nochmal. Ha, das Ding ist eigentlich nicht so gut. Vielleicht eher das holen. Und dann müssen wir hier beim Mandalore halt gucken, dass wir mit den Einheiten klarkommen. Die Mandalore-Map ist immerhin groß und die haben nicht viele produzierende Gebäude. Sehr viele TX-130 Säbelpanzer. Aber das... Ach, es ist die Mandalore-Map. Die andere hätte mir besser gefallen. Aber gut. Mit den Flugeinheiten können wir relativ easy-peasy den planetaren Schildgenerator auseinandernehmen. Und dann müssen wir einfach die Daumen drücken, dass wir einige Mandalorianer bekommen und die Republik hoffentlich weniger Mandalorianer als wir. Mal schauen. Ah, ich hätte gerne da oben... Wow! Eins, zwei, drei, vier. Das ist... Wo sind meine Einheiten hier? Ne, greift ihr da bitte an. Nicht ihr beiden hier. Ihr dürft hier lang gehen. Einer darf hier reinlaufen. Einer darf hier lang gehen. Einer von euch darf hier rüber. Und... Naja, da sind die TX-130 Säbelpanzer nämlich fertig machen. Äh... Du holst hier mal Repair-Stations bitte. Und ihr fliegt in die Richtung. Kann einer von euch hier abhauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber einer von euch könnte versuchen, hier lang zu kommen. Einer hier lang. Einer hier lang. Macht ihr mal eure volle Feuerkraft. Was haben wir hier? Oh, das ist frech, dass sie sich das da oben schnappen konnten. Naja. Das hätte ich gerne gehabt. Aber gut. Ähm... Das ist nett, dass wir das da schon eingenommen haben. Hier Repair-Station, Repair-Station. Ihr versucht die Eliten-Mercenaries auseinanderzunehmen da. Ich hoffe, das klappt einigermaßen, aber... Das sieht mir eher nicht danach aus. Ähm... Ihr dürft hier mit angreifen. Das Abandoned-Sensor-Array gehört uns. Das ist super. Das dürfte gleich beim Bombardieren helfen. Wir haben noch einigermaßen Leben. Deswegen fliegen wir jetzt mal hier rüber. In der Hoffnung, dass wir da die UTA-As vernichtet bekommen. Aber wartet, kommt mal alle hier lang. Du baust dich auf. Da können wir einen Anti-Fahrzeug-Turm holen. Da haben wir einen Anti-Infantrie-Turm. Hier drüben bräuchte wir vielleicht noch einen Anti-Infantrie-Turm. Ich sehe die UTA-As halt noch nicht, was mich ein bisschen nervös macht, muss ich sagen. Oh, da sind sie. Komm schon. Die TX-130 Säbelpanzer können halt auch mega gefährlich sein. Wir verlieren gleich schon die erste Einheit. Aber beide UTAs sind Schrott. Deswegen hauen wir mal ab. Hoffen aufs Beste. Komm schon, nicht noch mehr verlieren. Flieg. Du baust dich auch auf, bitte. Und... Du guckst einmal hier nach. Ihr dürft das hier einnehmen. Sehen wir da auch ein bisschen mehr. Ihr dürft hier lang kommen. Ah, da hätte ich wirklich schon gerne einen Anti-Fahrzeug-Turm gehabt, aber gut. Könnt ihr jetzt mal hier bitte kommen? Danke. Ups. Anti-Fahrzeug-Turm. Hier machen wir nochmal einen Anti-Infantrie-Turm hin. Und dann versuchen wir mal hier die TX-130 Säbelpanzer-Produktion zu vernichten. Oder auch nicht, da sind noch zu viele. Könnt ihr beide vor allem mal hier bitte abdrehen. Das ist mir zu riskant hier. Ihr kommt nochmal zurück. Lasst euch reparieren. Und wir holen mal eine Bombardierung hier in die Mitte rein. In der Hoffnung, dass beide Fabriken vernichtet werden. Funktioniert's? Hehehe. Das hat funktioniert. Das ist sehr nett. Das heißt, fast jeder TX-130 Säbelpanzer, den ich vernichte, der bleibt vernichtet. Bis auf die, die aus dem Säbelpanzer-Office kommen. Ah, das ist aber sehr gut, dass wir Mandalore jetzt hier fast haben. So, komm schon an den nächsten hier. Acht dürften sie maximal haben. Neun mit dem aus dem Säbelpanzer-Office. Zwei haben wir schon vernichtet. Und das ist Nummer drei. Da kommt Nummer vier. Und dann hier schon Nummer fünf. Das ist Nummer sechs. Das ist sehr gut für uns. Einmal die Einheiten zurückholen. Wir müssen nicht zu viel hier opfern. Ihr dürft ein Stück nach vorne laufen. Gleich mit der Bombardierung holen wir uns da drüben was. Das noch, das sind noch diese Eliten-Mercenaries. Das ist richtig nervig. Hier dürft man mit nach da oben kommen. Oh. Der muss weg. hoffen, dass hier nirgendwo ein Anti-Flugturm ist. Oh, die haben nicht mal ein Dings gebaut hier. Nicht mal einen Bunker. Und sie fliehen. Perfekt. Muss ich nichts mehr machen. Mardor gehört uns. Oh mein Gott. Das ist richtig schön, dass hier die Separatisten mir ein bisschen geholfen haben. Agama kann ich jetzt nicht mehr sehen. Deswegen lassen wir uns bei Arcania noch mal ein paar Prop-Droids holen. Einen haben wir noch bei Carida. Einmal hier rüberfliegen. Die kommen noch zu der Flotte hier bei Corder-6. Die kommen noch zur Flotte bei Corder-6. Und dann hätte ich ganz gerne ein paar mehr Lightminster Space Yards für die Flotte hier bei Mandalore. Argonar hat 264. Wie sieht es hier unten aus? Der Vontor braucht noch ein bisschen. Vielleicht auch nochmal wirklich so einen Jäger-Träger mit dazu holen. Und die Frage ist, hier haben wir ja ein paar Helden. Sind das alles nur Huttlords? Was bringt uns denn Huttlord? Uh, Ullal ist Command-Tier 2. Vielleicht tue ich Ullal dann in den anderen rein. In die andere Flotte. Ne, wartet. Wo haben wir es? Ist das hier? Nein. Ist es das? Das ist es. Huttlord. Plus 5% Schilde, 5% Schaden, 5% Speed. Oh, das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber nehmen wir Ullal vielleicht mit in die Flotte hier. Damit können wir Kashyyyk angreifen. Und dann sollten wir mal einmal... Oh, bei Agama ist es gar nichts mehr. Das ist gut zu wissen. Damit könnten wir uns Agama nehmen. Dann wäre Korsin sicher. Vielleicht machen wir es mit dieser Flotte einfach. Die war zwar eigentlich für Kashyyyk gedacht, aber Mandalore muss jetzt gerade noch ein bisschen gesichert bleiben. Deswegen... Oh nein. Yabiim. Das ist nicht nett, aber die kommen von Ringneldia. So, und die Frage ist, mit der Flotte, die wir hier haben... Können wir da Yabiim hinkriegen? Ich glaube. Und dann schauen wir nämlich auf Ringneldia. Das bedeutet auf nach... Hallo. Hallo. Bevor hier irgendwas passiert, auf nach Yabiim, bitte. Ähm... Aber da um die Dreadlord-Schiffswerft mit Mon Cala gefällt mir absolut nicht. Dass die da noch so fette Schiffe wie Subjugator-Klassen oder Luke Rikes bauen können. Ähm... Um ehrlich zu sein, ist es zwar ein bisschen gefährlich, aber ich möchte ganz gerne das ein oder andere Schiff vernichten, bevor hier 50.000, ähm, Jäger rumfliegen. Deswegen erst mal nur ihn holen. Und wenn wir ein bisschen was an Gefahr gebannt haben... Nein, 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 nein. Du sollst auf den gehen, der nimmt deine Raketen weg. Danke. Der ist nicht mehr so wichtig. Holen wir uns 1, 2, 3 Karagas. Den Hoodlord, der bringt ja doch noch was. 1, 2, 3, 4. Hier mit, ähm... Fallen Feuer, bitte. Hier kommt ein Stückchen hier lang. Hier nochmal ein bisschen was an Anti-Jäger dazuholen. Du darfst auf den gehen. Oh, mit den Raketenwerfern. Das sind drei Karagas gar nicht so wenig. Aber jetzt erst mal möchte ich versuchen, dem Luke-Rike seine... Äh, das ist aber gut, dass er ein Battle-Carrier ist. Ähm... Dem Luke-Rike versuchen, seinen Schutz zu nehmen. Seine schwer bewaffneten anderen Schiffe. Und dann gucken, dass wir hier den Luke-Rike vernichten können. Kannst du mal aufhören, hier so nahe daran zu fliegen? Äh... Dann holen wir noch ihn und ihn hier rein. Nimm die Fighter Bay, bitte. Du auch hier drauf. Du darfst mit hier drauf. Du darfst mit hier drauf. Und dann hier hinten überall noch Anti-Jäger-Schiffe reinholen. Die hoffentlich die Jäger ein bisschen dezimieren können. Du darfst den angreifen. Komm schon, das muss doch jetzt mal klappen hier, oder nicht? Nimm die Engines, bitte. Warum auch immer die hier jetzt ineinander sitzen, bin ich mir nicht sicher. Aber gut. Nimm die verschiedenen Fighter-Bays. Dass er gleich keinen neuen Jäger raushauen kann. Ich glaube, damit sind alle Fighter-Bays weg. Und... Damit müsste das jetzt auch gewonnen sein. Dann könnten wir eine Einheit zurücklassen und dann nach Ringnell, die A2, nochmal fliegen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zur Galaxis-Karte. Uh, eine Sterngaleone verloren. Das ist nicht nett. Äh... Lassen wir vielleicht einen Krager, einen Anti-Jäger hier und fliegen. Natürlich kommen sie nach Mandalore. Wie sollte das auch anders sein? Agama. Aber nur noch 97 mit der neuen Flotte. Uh, Ionen-Kanone. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Aber wir haben hier keinen Dorbulla, kein riesiges Schiff mitbei. Von daher. Wenn eine Ionen-Kanone ein kleineres Schiff dann anvisiert, ist das auch nicht so schlimm. Deswegen holen wir uns ihn mal hier rein. Du kommst hier hinten hin. Du kommst auch ein Stück weit hinten hin. Ihr dürft den Schaden abfangen. Der Wontor darf noch ein bisschen weiter vorne. Eins, zwei, drei. Und hier durch die Flotte verteilt. Auch ein bisschen was Anti-Jäger und Anti-Rakete. Und den noch reinholen. Du darfst hier mit drauf. Brace bitte. Ihr alle. Bracen. Du darfst hier drauf gehen. Du darfst hier drauf gehen. Ihr hier drauf. Ihr hier drauf. Ihr auf den. Und ihr beiden könnt ihn hier versuchen. Oh, was wir jetzt nicht haben, ist in der Flotte auch gar nicht, ist ein Heiler. Der hier vielleicht auch eine Interdiction-Mine raushauen könnte. Aber gut, müssen wir halt irgendwie mit leben. Die ersten beiden Captive-Munitions-Cruiser sind damit vernichtet. Das ist gut. Die Wontors hauen hier auch nett raus. Ah, ihr habt zwar schon einiges verloren, aber das geht noch. Nehmt hier die leichte Turbolaser-Batterie, dass der auf jeden Fall nicht mehr weiterschießen kann mit seiner Waffe. Der ist auseinandergebrochen. Ja, ich glaube, damit kriege ich Kashyyyk auf jeden Fall auch mit dieser Flotte. Auf die Engines hier drüben. Die leichten Turbolaser bitte. Und dann darfst du schon mal ein Stück durchfliegen. Die Wontors auch. Und die Karangas und die kleinen Dinger hier. Wie heißen die? Die Yubrikian-Cruiser, die Dreadnought-Varianten hier. Ähm. Gehen jetzt mal hier drauf. Damit ist die Flotte komplett auseinandergerissen. Ihr dürft hier hinten hin. Ich finde, jetzt dürften sie sogar auch versuchen zu fliehen. Tun sie noch nicht. Aber gut, ich trinke mal einen Schluck. Und das sieht mir auch fast so aus, als hätten wir nichts verloren. Vielleicht ein oder zwei Lightmanistral Space Yachts. Das wäre möglich. Und sie fliehen jetzt. Perfekt. Sehr schön. Haben wir hier bei, was war das, Agama? Den Luftrahm auch. Oh, zwei Lightmanistral Space Yachts. Aber egal. Das geht vollkommen klar. Aber mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen, wenn es das hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit ich allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.